hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ja wie ihr sehen könnt nicht im zeichnen mein gott ich habe die das hier schon vorgezeichnet nicht wundern das hier ist absichtlich weil das noch abschattierung hindeutet von siren hat habt ihr überhaupt schon mal was von siren hat gehört ich glaube ehrlich siren hätte seine paranormale kreatur die vor allem für ihr merkwürdiges aussehen bekannt ist siren hat ich sag's euch wie groß der manchmal sein kann seht ihr das teil da das ist glaube ich so ein strommast oder was das auch ist sagt es mir bitte oder ob das ein telefonnast ist keiner sagt es mir bitte in den kommentaren auf jeden fall da dürfte die zwölf meter hoch sein man sieht jetzt hier aufgrund der dächer nur ein kleines stück aber ja ja also zwölf meter ist da groß und wie man hier gut sehen kann hatte zwei sirenen an seinem kopf aber ja ich will jetzt auch nicht so viel verraten weil der ziemlich ziemlich gruselig ist auch für kleine kinder lieber nicht er ist nämlich dafür kleine knauf gefährlich kann er gefährlich werden aber ich glaube nicht dass der existiert weil der ja ein fiktiver charakter ist und von jemandem erdacht wurde und aber wer ich weiß nicht wer den erdacht hatte das siren hat aber ich weiß nicht ob der auch deutsch versteht oder nicht jedenfalls will ich dem nur was sagen seitdem hier von siren hat gehört habe bin ich auch irgendwie total fanat in siren hat leute das ist total gruselig und deswegen werde ich auch in zukunft vielleicht irgendwie siren hat videos machen so siren hat videos halt ja ich bekomme nämlich von meiner mutter das dauert noch bis das liefert kommt nämlich aus china und ja leute ja und und regnet es gerade draußen leute ich dachte gerade das ist so eine siren hat plüsch figur ich kann die jetzt hier auch nicht einblenden aber das ist nicht diese normale wo man dann halt diese ist halt elektronisch und hat so dreht im körper wo man dann hat jetzt also hier in den armen zum beispiel drehte hier in den beinen und hier haben generell im körper und das elektronische hat hier glaube ich so ein teil keine ahnung wo das ist jedenfalls diese figure ist elektronisch und die werde ich auch häufig für videos nutzen ihr wolltet ja dass ich mich letztes beim letzten mal hat jemand in den kommentare geschrieben dass ich mich zeige es kann sein dass videos kommen wo ich mich zeige allerdings sieht man mein gesicht dann nicht ich werde nämlich mit maske dann auftreten aber wer meine instagram mein instagram account und mein tik tok account kennt da werde ich da zeige ich mich nämlich aber auch nur da und bei youtube werde ich das nicht tun das reicht schon wenn ich das bei tik tok und co mach und ja leute das sieht viel zu dunkel aus heute und ich brauche ein bisschen hilfe beim tik tok wenn man live geht verschwindet das zeichen kann man dann nur für eine bestimmte zeit live gehen wenn man das abbricht ist es ja sofort wieder weg aber naja ich kenne mich da noch nicht so aus mit dem tik tok live gehen es wäre nett wenn ihr mich in den kommentaren so ein bisschen aufklären würde und ja ok leute ich mache jetzt noch bis keine ahnung was ein video jetzt ich weiß gar nicht worüber ich alles eigentlich reden soll oder möchte ich weiß nicht ob die siren hat serie gut angekommen ist aber offensichtlich gut angeschaut worden und ja genau also schreibt mir gerne in die kommentare falls die mal wieder deaktiviert sind weiß ich auch nicht warum schreibt mir gerne in die kommentare ob ihr euch mehr siren hat videos wünscht oder ob ihr euch schleich videos wünscht oder hobbyhousing videos also schreibt mir gerne in die kommentare wenn sie natürlich falls die aktiv sind und dann schaue ich mal was ich machen kann ja auf jeden fall das war es jetzt und ich zeige euch dann den schritt verlauf davon auch ja und bis dahin ciao